Ich bin Heinrich Bedford-Strohm, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Jetzt ist dieses Jahr schon fast einen Tag alt. Ich weiß nicht, wie Sie den Übergang ins neue Jahr heute Nacht begonnen haben, ob Sie es kräftig haben krachen lassen oder ob es eher ein stiller Übergang war. Sie werden, wie ich selbst auch, viele Hoffnungen und auch Wünsche für dieses neue Jahr haben. Vielleicht ist es ein ganz persönlicher Wunsch. Vielleicht ist es aber auch die große Hoffnung, dass die Gewalt, der Terror, die Angst in diesem kommenden Jahr endlich eingedämmt oder vielleicht sogar überwunden werden können. Ich freue mich in diesem Jahr ganz besonders über die Jahreslosung. Das ist ein Bibelwort, das uns das ganze Jahr über begleiten soll. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Diese Assoziation mit Gott, nämlich die Mutter, finde ich etwas Wunderbares. Gott ist jemand, der ganz nahe bei uns ist, der uns tröstet, der uns Zärtlichkeit zeigt, der uns Geborgenheit gibt. Vielleicht auch, mit dem wir eine Umarmung verbinden. Das alles ist Teil des Gottes, der uns über dieses Jahr jetzt begleiten wird. Das zu wissen, finde ich etwas Wunderschönes. Und mit dieser Gewissheit wünsche ich Ihnen von Herzen ein gesegnetes, ein frohes neues Jahr. Und mit dieser Gewissheit wünsche ich Ihnen von Herzen ein gesegnetes,